großes zweizimmer appartement aber ohne balkon diesmal war auch sehr sehr schön hier haben wir zwei terrassen über dem schwimmbad 1000 quadratmeter wellness und spa bereich mir geht glaube ich auch nicht ein bisschen versteckt hier diesmal aber auch klein einbauküche natürlich auch mit allen tipps das man so braucht herzbackofen zur hand für eine kaffeemaschine dann haben wir da hinten einen teekoffer toaster natürlich auch ein paar specken natürlich kühlschrank natürlich spülmaschine wenn man auch zur tische kommt hat man einen schönen blick ins große wohnzimmer hier ist man wieder eine base davon ist der fischglub da ist der hauchteingang heute ist ein bisschen windig ein bisschen stürmig aber wir haben ja auch noch winter für den schlafbereich oder schlafzimmer natürlich auch mit boxspringbetten schränkchen das der eigentümer dann haben möchte wird es also eingerichtet und dann kommen wir von der anderen seite Natürlich auch hier Fernseapparat, Flachbildschirm an der Wand. Hier natürlich auch der Blick wieder auf die Taraze zum Fischclub und zum Haupteingang. Auch zum Schlafzimmer, einen sehr schönen Blick in das große Wohnküchen-Essbereich oder wenn noch einer auf der Couch schlafen möchte, das geht auch. Jetzt müssen wir zum Eingang zurück so und so. Dann kommen wir jetzt hier ins Badbereich, großen Fliesen, riesige Fliesen. Wir haben auch fast zwei Zimmer im Badbereich. Eine auch eben herzig natürlich wie das Duschbereich. Vorhinein geht sie, riesige Fliesen. Das Bad natürlich noch größer. Wir haben natürlich einen ganz großen Spiegelbereich. Und dahinter ist natürlich der Handtuchheizkörper, den man auch im Sommer mit Elektro benutzen kann. Dann sind wir durch die drei Zimmer, wo wir auch ohne Balkon kommen. Diesmal schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag. Einen schönen Tag. Einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.